Islamismus, so der Titel des zweiten Teils unserer Trilogie 360 Grad Bedrohungen jüdischen Lebens und Gefährdung der Demokratie. Mit unserem hochkarätig besetzten Podium werden wir die Extremismusform Islamismus diskutieren. Als Kooperationspartner konnten wir die Initiative Säkulärer Islam gewinnen. Wie auch Rechts- und Linksextremisten geht es Islamisten darum, die freiheitlich demokratische Gesellschaft zu zerstören. Statt Pluralismus streben sie Dominanz an. Dabei können sie von offensichtlich terroristisch bis hin zu getarnt, also legalistisch, vorgehen. Aber wie auch immer allen gemeinsam ist neben der Demokratiefeindlichkeit ihr profunder Antisemitismus. Wir wollen nicht nur die Extremismusform beschreiben und diskutieren, sondern auch darüber reden, was kann man tun. Wie kann sich die Gesellschaft und der Staat den Islamisten entgegenstellen? In der Prävention und in der zielgerichteten Repression. Wegen Corona kann die Veranstaltung nur mit einem sehr kleinen Publikum stattfinden. Stellt uns bitte eure Fragen vorher, bis zum 05.09. per Direktnachricht oder Messenger. Dann können wir sie stellen und die Diskussion wird dann ab Mitte September für alle zugänglich online sein. Wir freuen uns, euch auf die Art dabei zu haben.